Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegen! Liebe Steuerzahler! Wir beraten heute abschließend das sogenannte Wachstumschancengesetz. Kollege Görker hat es ja schon als Hiobsbotschaft betitelt. Die Abkürzung dieses Gesetzes ist WC-Gesetz. Ja, es ist ein Griff ins Klo. Kommen wir als erstes zur Genese. Am Abend vor der Ausschusssitzung um 20.18 Uhr erreichen uns 32 Änderungsanträge mit insgesamt etwa 100 Seiten. Und wir, die Abgeordneten, sollen uns dann über Nacht eine fundierte Meinung dazu bilden. Einen, den letzten Änderungsantrag bekommen wir sogar live in der Sitzung hereingereicht. Dazu kommen dann noch sieben Protokollerklärungen, in denen Sie uns dann erklären, Ihre Ampel, dass das Gesetz halt doch nicht so gut ist, wie es nach außen vertreten wird. Es ist genau das gleiche respektlose, unprofessionelle Verhalten wie nachher beim Zukunftsfinanzierungsgesetz. Das ist ein Muster. Die Ampel kann es nicht besser. Der gute alte Bismarck hatte schon recht, als er sagte, bei Gesetzen und bei Würsten sollte man lieber nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden. Wo bleibt der Respekt vor Oppositionsrechten? Wo bleibt der Respekt für die Mitarbeiter, die Nachtschichten einlegen mussten? Kommen wir zum Inhalt. Der Entwurf ist ein schönes Negativbeispiel der deutschen Bürokratie. Er umfasst insgesamt 250 Seiten und verkündet 50 kleinere Einzelmaßnahmen. Damit will man nun die große Rettung der deutschen Wirtschaft verkünden. Ein paar Stellschrauben hier, ein paar Marketing-Schlagworte da. Und schon laufen wieder die Geschäfte und die Steuerzahlungen sprudeln. Die Entlastung, wir haben es heute schon gehört, beträgt aber gerade mal 6,2 Milliarden Euro. Und das einmalig im besten Jahr. Um mal die Verhältnisse klarzustellen. In den letzten vier Jahren, nee, die Steuereinnahmen stiegen allein in den letzten vier Jahren 183 Milliarden Euro jährlich. Der Staatsministerrat gibt jetzt mit gönnerhafter Geste und nachdem man sich durch 250 Seiten Paragrafen-Jungel